So, Friends, wir machen jetzt wahrscheinlich etwas ziemlich Dummes. Ich schneide mir heute selber die Haare, und zwar ganz ab. Ihr denkt euch nie ganz ab, machen die jetzt ganz ab. Aber da wir jetzt eine gewisse Länge haben, mit der wir was experimentieren können, machen wir uns jetzt verschiedene Schäsuren zwischendurch. Ich habe ein bisschen Angst. Erstmal machen wir uns die Rapunzel einfach irgendwie ab. So, tue ich das jetzt hin, ohne dass es hier überall rumliegt. Ich wollte nämlich die Haare zum Schluss mal abwiegen noch, um zu gucken, was ich da so an Haargewicht habe. Kann ich jetzt schneiden, ne? Geht auch eigentlich, ne? Jetzt mal ein Side-Cut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Haare schneidet. So, gar nicht. So, aber da ist sowieso alles runtergebastelt auf 9mm. Da habe ich nichts zu verlieren. So, also so kurz wird es insgesamt. Das ist so krass, Leute. So krass. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn... wenn ich so eine Stisur hätte, dass man es nach vorne kennt, dass es eine lange Haare hat. Aber ich glaube, ich mag das nicht mal. Also kommt das jetzt auch alles ab? Ja, so kann man das dann wieder stylen. Also wenn die mal auswachsen, kann man die dann schon stylen auf der Länge. So, jetzt kommt der Rest dann noch ab. Gut. Haben wir's. Das ist schon krass. Alter. Das ist schon krass. Das ist schon noch geil. Aber schon. Das ist so, so ungewohnt. Aber ich muss sehen, wenn ich dusche. Ich habe alles im Auge. Ich weine nicht. Ich habe alles im Auge. Ich habe damit Vacation. Ich habe den Bioden beim Internet. Ich habe alles im Auge.